Wenn ich nach dieser Aussage gehe, müsste ich jetzt eigentlich überlegen, jetzt bin ich noch nicht jüdisch, dann bin ich es, also müsste ich wegziehen, um mich sicher zu fühlen. Und dieses Gefühl kann ich aber nicht teilen. Also ich werde weiterhin hier leben, bin auch mit meinem jüdischen Freund hierher gezogen und der wiederum fühlt sich nicht unsicher, im Gegenteil, er weiß von den Vorurteilen dieses Bezirks und sagt jedes Mal, nee, also ich fühle mich hier gut und es ist gut, dass es hier auch die vielen verschiedenen Kulturen und Gesichter gibt. Ja, das macht das Ganze einfach auch aus und gehört einfach dazu.